Guten Abend liebe an Conventional Zuschauer. Heute bauen wir eins von vielen wunderschönen Bausets von McFarlane von The Walking Dead zur Verfügung gestellt vom Space Store. Wichtig ist, dass ihr euch immer einen Schraubendreher zur Seite legt und eine Schere, weil viel in Plastik verpackt und so. Die Buchsicherheit ist verpackt, wie immer. Wenn wir dieses öffnen, haben wir viele verschiedene Tüten und natürlich eine Bauanleitung, die essentiell wichtig ist. Die ist immer sehr gut beschrieben, muss ich sagen. Also relativ einfach nachzubauen. Und die sieht sehr sehr gut aus, werdet ihr im Nachhinein sehen. Ja, das sieht dann eine Anleitung aus. Nach der werden wir bauen. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 There's no mercy for those who turn around To the blame at the end we fall There's no way out of here There's no way out There's no way out There's no way out of here There's no way out There's no way out of here There's no way out of here There's no way out There's no way out of here There's no way out of here All right, good to go I don't care about the weather There's no way out of here 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 We aim high for the war There's no way out of here 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 I've had three beers! I've had three beers! I've had three beers! I've been lost before, but I can't find my way out this time I've been lost before, but I haven't seen this all out here today There's nothing I can do, there's nothing I can say, everyone I've loved has only been taken away And now I've redevenub燃' Now I'm stuck in the bak, trying not to quit, close my rear eyes and watch my course get changed I It all It's lost Stay down here Till tomorrow It all It's lost Stay down here Till tomorrow